Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe die erste Aufnahme gerade hardcore verkackt, weil mich der blöde Templar irritiert hat mit seinem Gequatsche. Und ich starte jetzt einfach mal die Folge. Und zwar wollte ich ein bisschen das umstrukturieren. Ihr könnt mir dann gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das jetzt so besser gefällt oder eher so wie in den anderen Videos. Ja, ich habe jetzt schon mal die Skills eingeblendet. Ihr könnt dann gerne auf Pause stellen, um euch die zu kopieren, weil ich da jetzt nicht so viel drüber erzählen werde. Und zwar geht es hier um den Cold Rocket Demon Hunter. Ja, und wir spielen halt mit dem 6er Marauder Set. Wichtig ist bei den Fähigkeiten, dass wir hier den Elementarpfeil halt als Frostfeil haben, damit die Gegner unterkühlt sind, was dann hier mit der Auslese proggt und wir 20% mehr Schaden machen. Was auch wichtig ist, ist der Feuerspeierturm, auch mit der Feuerruhne, ja, und Arsenal mit der Feuerruhne. Und den Splitterfeil halt mit Kälte, weil wir ja auch stark auf die Raketen gehen und halt hier die beiden Feuerruhen mehr Raketen verschießen. Weil wir ja Ballistik drinnen haben, was uns nochmal unseren Raketenschaden um 100% erhöht und wir zusätzlich nochmal zwei Raketen verschießen können. Eine. Wieso, ich quatsch schon wieder nur Mist, ey. Sowas bringt mich immer total durcheinander, wenn diese Kacke da kommt und ich verwirrt bin. Egal, auf jeden Fall wollte ich nämlich jetzt mehr über so das Inventar reden. Ja, ganz normal ist Ex-Morauders-Bonus, sprich Schuhe, Hose, Brust und Schultern und Kopfteil. Ja, Kopfteil muss ich noch zu sagen, es gehört für die höheren Greater Rifts, also ich würde schon fast sagen ab 35 plus, kein Vita mehr auf die Maske, sondern eigentlich Schaden von Splitterfeil prozentual statt der Vitalität. Weil wir dann im Endeffekt sowieso One-Hit sind und auch gar nicht mehr so drauf achten müssen und wir wirklich nur als Damage-Dealer fungieren. T6 läuft trotzdem noch super flüssig und wir sterben halt nicht allzu oft. Ja, Schultern kann ich zu sagen, Geschicklichkeit drauf, ja, da wäre jetzt Vita geiler gewesen noch. Aber, äh, ja, kann man nichts gegen machen. Äh, reduzierte Abkling-Zeiten auf jeden Fall praktisch da drauf und erhöht den Schaden von Geschützturm ist auf jeden Fall ein Must-Have. Die so zu bekommen ist aber gar nicht so einfach, von daher normalerweise Geschicklichkeit, Vita und dann Geschützturm-Damage drauf und den vierten Stat. Außer ihr könnt halt schön rollen und habt dann im Endeffekt nochmal Abkling-Zeiten, damit ihr die Sentries schneller stellen könnt. Und, äh, andere wichtige Sache ist dann im Endeffekt, Tasker und Tio, auf jeden Fall, wenn ihr welche habt, egal wie scheiße die sind, nehmt die. Ich hatte vorher die ganze Zeit die mit Intelligenz und Crap-Stats, aber es ist halt elementar wichtig und die hauen so viel Damage raus nachher, wenn ihr die habt. Und zwar geht's nämlich darum, dass wir hier diesen Breakpoint erreichen. Mit unserem eigenen Angriff erreichen wir den nicht, aber halt mit unserem Türmchen erreichen wir den, wenn wir Tasker und Tio drin haben und genug Angriffsgeschwindigkeit. Und zwar ist das wichtig, dass ihr hier ausrechnet, ähm, euer Angriff pro Sekunde mal 1, und dann den Wert in Prozenten von eurem, äh, Tasker und Tio, was ihr an Angriffsgeschwindigkeit der Jungen habt. Es ist echt wichtig, dass ihr den Breakpoint von 2,85 erreicht. Also, wenn ihr bei der Rechnung auf 2,85 kommt, ist alles super. Wenn ihr drunter seid, müsst ihr irgendwo noch Attack Speed draufkriegen. Und wenn ihr wirklich drüber seid bei 3, irgendwas, dann könnt ihr auch gerne noch ein bisschen Attack Speed irgendwo runternehmen. Weil es wirklich nur euch was bringt, wenn ihr auf diesen 2,85 seid. Alles, was drüber ist, ist totaler Quatsch. Außer ihr kommt irgendwie auf 4,15 ist, glaube ich, der nächste. Aber das ist fast unmöglich, vor allen Dingen mit einem Zweihandbogen geht das gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine echt elementar wichtige Sache. Ich betone das einfach nochmal nicht, dass da nachher irgendwer rumheult. Ihr könnt aber dann auch ausweichen, falls ihr noch keine Tesca und Tio habt, auf 6er Marauders, dass ihr halt die Handschuhe auch noch anzieht. Und dann den Prunkring ersetzt durch, keine Ahnung, eine gute Einheit zum Beispiel oder irgendwas anderes, was solchen Bonus gibt. Und Windrose würde auch gehen, wenn ihr ein gutes Amulett habt hier von demselben Set, dann kriegt ihr nochmal 50% Crit-Schaden drauf als Set-Bonus. Aber da ich das nicht habe, habe ich das auch nie so gespielt und ja, ist halt so. Magefist könnt ihr sonst auch noch machen, falls ihr keine Marauders-Handschuhe habt, weil die 15% Feuerfertigkeiten, die procken halt auch nochmal gut. Auf unseren Raketen und auf unser Arsenal, genau. Ja, wo machen wir denn weiter? Genau, Damage braucht ihr eigentlich gar nicht so drauf achten. Ach, Resis braucht ihr gar nicht so drauf achten. Ich würde halt gucken, dass ihr die relativ ausgeglichen habt und nicht so Crap-mäßig verteilt, wie ich hier gerade. Ja, Gürtel, am besten natürlich Geisterstunde, weil wir wirklich vollkommens auf Damage gehen mit unserem Demon Hunter, weil wir halt Damage-Dealer sind. Und gehen wir komplett auf Damage. Den Attack-Speed, der ist super, um den Breakpoint zu erreichen. Crit-Schaden immer gut, Geschicklichkeit ist super, Vitalität kann man auch gut drauf haben hier. Gibt halt nichts, was man sonst noch so Anständiges auf dem Gürtel haben könnte. Falls ihr Geisterstunde nicht habt, ich habe die hier mal hingepackt, könnt ihr noch den Höllenkatzen-Gurt nehmen. Da haben wir nämlich dann nochmal Elite-Gegner-Damage drauf, Attack-Speed ist auch drauf und der hilft uns dann auch notfalls, um den Breakpoint zu erreichen. Falls wir den nicht haben, können wir auch gerne mit dem Harringtons rumrennen, bringt uns jetzt in den größeren Rifts eher wenig. Obwohl ich echt oft dieses Rift mit dem Dingens hier Kathedrale-Kacke habe, wo du dann halt die Bücherstände aufmachen kannst, Gedöns. Und dann haben wir halt 10 Sekunden Damage-Boost, aber auf jeden Fall sonst Höllenkatzen-Gurt. Vor allen Dingen in Verbindung mit Taskern, falls wir noch keine Geisterstunde haben, um den Breakpoint zu erreichen. Waffe, ja, eine Etrayu, eigentlich ist das totaler Quatsch, dass ich mit der hier jetzt rumrenne, weil die hat halt wirklich gar nichts an Damage. Das ist so mitunter die schlechteste Etrayu, die ich je gesehen habe. Die geht so bis 2,8 circa auch und so. Die nehmen wir halt wegen den Kältefertigkeiten auf jeden Fall. Und wir haben halt nochmal eine Chance, Gegner zu unterkühlen, was jetzt nicht ganz so viel ausmacht, die 5%, aber unterkühlen ist unterkühlen halt. Ja, da halt ganz normal Geschicklichkeit drauf, Kältefertigkeiten drauf, lassen 10% Schaden drauf rollen. Oder Notfalls-Attack-Speed, falls ihr den Breakpoint nicht erreichen solltet. Ja, und dann mit Ramaladins Gabe Sockel drauf klatschen. So, hab ich über die Dinger hier jetzt schon gesprochen, keine Ahnung, Geschütz-Ton-Schaden drauf, auf jeden Fall 3 Sockel. Hier kann man All-Rice drauf machen, gibt nichts Besseres als Alternative eigentlich. Und hier wieder Splitter-File drauf rollen, Geschick, Vita. Und als 4. Stat vielleicht Movement-Speed, damit ihr im Paragon halt mehr auf Geschick gehen könnt. Ba, 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 Bombard of Marocsack. Auch elementar wichtig, gehört Geschicklichkeit drauf. Hoher Attack-Speed wegen dem Breakpoint halt, hab ich schon 10 Millionen Mal erwähnt, ist aber wichtig. Ja, Crit-Chance auf jeden Fall drauf. Und Schaden von Geschütztum solltet ihr auch auf jeden Fall drauf haben. Ja, SOJ. Mit Frost-Damage eigentlich. Ich hab bislang nur einen mit Feuerfertigkeiten gefunden, was jetzt auch nicht so schlimm ist, da wir auch Feuerfertigkeiten benutzen. Ja, zu den Gems erzähle ich gleich nochmal was. Hier habe ich Sklavenfesseln, aber da kann man sich prinzipiell alles reinpacken, was man möchte. Alternativ gehen auch noch Lacuni-Schleicher und die ruhige Hand, weil die beide Tag-Speed haben. Wieder Breakpoint, ich weiß. Das ist heute mein Lieblingswort und das wird auch noch im nächsten Video mit dem Thunderbolt-Demon-Hunter öfters vorkommen. Ja, hier halt Kältefertigkeiten drauf, Geschick, Vita, ja, Crit-Chance und weil man hier bei den Sklavenfesseln 5 Main-Stats hat, kann man auch nochmal All-Rest draufrollen. Amulett auf jeden Fall, Geschicklichkeit, Crit-Schaden, Crit-Chance und ein Sockel, weil wir halt wirklich mit 3 von diesen Legendary-Gems spielen. Den Prunkring, Attack-Speed drauflassen, Crit-Schaden oder Chance draufrollen, wegen dem 1-10-Verhältnis zwischen Crit-Chance und Crit-Schaden. Kommt bei mir sogar fast hin, also... Ja, und jetzt reden wir über die Gems. Und zwar haben wir hier Verderben der Gefangenen, weil das Unterkühlen von Gegnern halt auch zum Kontrollverlust-Effekt gehört und wir dadurch halt nochmal mehr Schaden auf die Gegner machen. Das Ganze geht bis, weiß ich nicht wie hoch, ich hab ihn jetzt auf 25,2%. Ja, und Gegner werden halt im Umkreis von 15 Metern nochmal um 30% verlangsamt, was halt auch nochmal dazu zählt und wir halt wirklich dann diese Prozentzahl mehr als Damage machen, was wirklich viel ausmacht. Ja, aber als allerersten würde ich den hier reinmachen, den Vollstrecker, erhöht den Schaden von unseren Dienern, weil unsere Geschütztürme auch als Diener zählen. Ja, der reduzierte Schaden von unseren Gegnern ist jetzt nicht so wichtig, Hauptsache ihr kriegt den relativ hoch und das sind halt auch nochmal 26%, die ihr an Damage mehr habt, einfach nur weil... Ja, dann als zweiten hab ich den hier reingemacht, erhöht den Schaden, äh, 20 Sekunden lang. Ach, äh, ja, doch, ich glaub am Anfang sind's 20 Sekunden oder 30, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erhöht er unseren Schaden dann um 20%, wenn wir eine Elite-Gegnergruppe getötet haben und innerhalb von 65 Sekunden hat man halt schon die nächste Gruppe und den braucht man prinzipiell auch nicht höher leveln. Ja, und erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner beim 25er-Bonus nochmal um 15%, was auch schonmal wieder geiles Must-Have ist. Ja, wie gesagt, alternativ zum Etrayo kann man sich hier nochmal eine Manticore reinpacken, eine gute, wo ich dann jetzt prinzipiell, äh, den Sockel runterrollen würde, für nochmal 10% mehr Damage oder halt Attack-Speed, damit ich irgendwie auf den Breakpoint komme und dann mit Ramaladins Gift halt... ...wieder einen Sockel reinrollen. Ja, ich glaub, das war's so zu, äh, dem Equip. Jetzt auch lange genug gequatscht, jetzt zeigen wir den nochmal eben kurz in Action. Und zwar gehen wir dafür einfach mal Act 2, Oase von Dalgur, vielleicht hab ich ja Glück und krieg noch den Schlüsselhüter, weil ein Hellfire-Amulett ist... ...auf jeden Fall eine super Alternative, wenn man denn mal was Vernünftiges kriegt. Spielweise ist ganz einfach, habt ihr bestimmt schon 2 Millionen Mal gesehen oder spielt selber schon so. Zwar stellt ihr einfach eure Geschütztürme auf, haltet ein bisschen Abstand, weil hier halt wirklich ziemlich schnell umfallt, jetzt nicht unbedingt auf T6, aber... ...sonst, ja, Geschütztürme schießen halt, ihr seht hier schön die Raketen, die hier so ein bisschen rumfliegen. Und dass die halt relativ schnell und viele Angriffe gleichzeitig machen, halt durch diesen Breakpoint. Ja, wir haben hier halt unendlich viel Schaden raus. Vor allen Dingen Flächenschaden und treffen wirklich alles hier so im Umkreis und müssen eigentlich nichts machen, als uns von den Gegnern fernhalten. Auch weil wir ruhige Hand drinne haben, dass wir innerhalb von 10 Metern keinen Gegner haben dürfen, um 20% mehr Damage zu machen. Traurig finde ich nur, dass alle Leute behaupten, der Demon Hunter ist total OP, was meiner Meinung nach absolut nicht stimmt. Ich meine, der erste Typ, der hat Level 46er G-Rift geschafft, Solo. Aber der hat auch schon zugegeben, dass er dafür dieses Diablo 3 Turbo hat, benutzt hat, womit man halt ein Stück der Karte sieht. Man sieht die Affixe von den Elite-Gegnern eher und kann sich somit halt eher auf den Kampf vorbereiten. Ja, falls ihr Lust und Laune habt, könnt ihr auch gerne noch in meine Community kommen. Hier für NixArmy ist absolut nichts los, aber je mehr Leute da eintreten, umso lustiger wird's. Und vielleicht kommt ihr ja mal in einem von meinen Videos mit vor oder könnt eine Runde mit mir zocken. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Demon Hunter, OP oder nicht? Turbo Hard? Ja? Nein? Keine Ahnung? Haut rein und danke fürs Zuschauen.